So, wir sind wieder back in business, Wade habt ihr verpasst, war eh langweilig, sind wir aber ganz ehrlich, oder? War langweilig, ne? War langweilig. Siehste, habt ihr gar nichts verpasst. Noch nie sowas langweiliges in meinem Leben erlebt. Ja, deswegen habe ich das auch rausgeschnitten, das liegt nicht, dass ihr das nicht gesehen habt, weil ich das nicht aufgenommen habt, war einfach nur langweilig. Ja, haben wir raus, hat er rausgeschnitten, weiß ich jetzt schon, weil ich bin in der Nachbearbeitung. Schon dabei. Er ist mein Cutter. Ja, immer. Aber warum, wie so schnell sollte ich denn schneiden können? Alleine, wenn ich, äh, diese Pro-Pro-Tag eine Folge-Scrap-Mechanik schneiden, das würde ich ja gar nicht schaffen, ne, ne. Deswegen habe ich meinen Cutter, der das für mich macht. Der macht das um zu lau, ist ein sehr guter Cutter. Aua. Er springt aus wie an dem 1 Wasser. Obwohl ich habe doch gesagt, ich wollte, wir sind doch, wo sind meine Pisten, das war das, Jakob, ich habe gerade beschlossen, das war Absicht, dass ich die Pisten zu viel gebaut habe. Die Pisten sind in der, in der Pistenkiste drin. Also, wir haben eine Pistenkiste. Ja, wir haben eine, wir haben eine Teilekiste. Achso. Das heißt, Schalter, Logik, Dinger und sowas, alles drin, Reifen kommen da rein. Oder die Bohrer zum Beispiel auch. Falsch. Übrigens, nur zu deiner Information, ich brauche noch Bearings, also. Ja, so viel, ich habe auch keine Bearings mehr, Jakob. Ich habe auch nicht immer Bearings auf der Tasche. Er wird mich so lünchen, ey. Allein wegen der Symmetrie und mich bringt es um halb um, wenn die Sachen nicht. Ja, mich auch. Als ich das früher machen wollte, hast du gesagt, um Gottes Willen. Ja, als wir das früher machen wollten, hatten wir aber noch ein paar andere Probleme. Stimmt. Wie Component Kids. Ach ja, da haben wir ja noch immer. Haben wir noch immer, aber nicht mehr, also. Wir haben halt seitdem schon wieder, also ich meine. Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir so wieder halbwegs was haben. Stimmt. Keine Component Kids. Lass mal zu spielen, dann schlatsch. Ihr könnt dir wie? Erst. Tja, 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 tja. Tja, tja. Oh, ich �, ich könnte ja, jetzt, denke ich, ernst auch nicht was. Fähr da richtig, schuldigung. Ich war jetzt nicht, richtig, aber ich harpia auf dem TL, touchscreen. Wenn, 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 soll, jetzt, 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 jetzt. Ich, jetzt, 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 wo. Schal. Ich, jetzt, 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 jetzt. Ich, jetzt, 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 jetzt. ich habe den neuen Buch aber ich habe nun im Buch reich nun Bruch vielleicht was jetzt spannend wer kann ich damit auch wo es muss gehen es müsste rein theoretisch gehen das geht das wäre so geil und die Trillette da alles klar und fährt zu deiner Zufriedenheit ja würde ich sagen sieht irgendwie aus wie ein Flugsimulator Dankeschön dass du mir wieder dass du mich aus ich kann ja ich kann ja die schau mal das Besondere an dem Auto ist das hier warte es fährt und dann kann man fantastisch soll ich dir noch was sagen was toll wäre wenn du mich nicht immer über den Haufen fahren würdest das wäre sehr fantastisch ich weiß das ist eine sehr hohe Sache sowas zu machen ich weiß das ist auch mal sehr schwierig mich die ganze Zeit mich umzufahren ich weiß ich verstehe das vollkommen das wäre sehr nett weil das tut Aua und so weiße ich schaue mal was ich machen lasse das habe ich gehofft das ist was ähm fahr einfach bitte kein Baum bitte kein Baum bitte kein Baum aber sowas von der Baum das war derselbe das weißt du ne nur zweimal jetzt getroffen hast ich glaube wir haben uns festgefahren du bist echt der schlechteste Fahrer der mir hier begegnet ist das kann sein das kann sein nachher setz ich auch um geschützt habe ich beschlossen okay das finde ich einen guten Schluss ich helfe ich dachte ich muss noch für dich auspacken ich dachte ich muss noch für dich auspacken ich dachte so weit wäre es schon gekommen zu welchen wer ausfahren wir denn jetzt zu dem wo wir immer sind ähm ich hab's doch sogar noch gesagt der Fall der 200% auftreten egal erst einmal wir sind erst hey außerdem waren meine Suspension hochgefahren das war klar ja 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 hätte ich jetzt auch gesagt Jakob jetzt habe ich mir da nur als Ausrede eingebaut so wenn ich verkacke dann sage ich ja das lag daran dass die Suspension hochgefahren müssen ach du kacke das weiß siehst du das lag an das Suspension hätte ich dir nicht ausgefahren ja warum fährst du dir auf weil dann Mais war und wenn ich gegen den ach du kacke da waren ein paar wo sind eigentlich jetzt die Betten ach wir sind so gut ich wollte das ganze nutzen um dir zu zeigen wie aufwendig doch die äh aufhängung der Federung unter dem Auto ist ja 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 ist klar ich bin der König von Schina siehst du da kann man das einfach ohne Probleme aber auch fahren das ist wirklich ungekippt ich hätte ich so ich wäre lacht gequittet lacht nicht quitt lacht quitt so wir fahren am Strand lang haben wir aber noch schöne Aussicht hat nix damit zu tun dass du Angst hast vor irgendwelche Bäume zu fahren und dann um zu gehen es ist gar nichts passiert das liegt einfach daran dass du da oben in deiner Toilette sitzt das Auto war vorher perfekt auspackt ich bin guter Fahrer das ist geschafft die jetzt du schaffst es ja 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 komm jetzt jetzt kommt noch ein Stück ja ja komm du schaffst es du schaffst es du schaffst es du schaffst es ja komm komm Jakob Jakob, 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 Jakob. Geh von unseren Reifen weg. Jakob, da ist ein Stein, siehst du den? Okay, warte. Bevor wir weiterfahren, ich muss aber die Suspension stärker einstellen. Ja, ja. Jetzt würde ich ein bisschen links. Bisschen links, bisschen links, bisschen links. Ah, nicht so. Guck mal, eine gerade, freie Fläche. Ein K-Nix ist da auf dem Pech. Jakob, komm, wir legen uns mal schlafen. Ja, ja, Jakob, siehst du da, diese ganz kleine Bodenwelle, ich würde da mal aufpassen. Da ist ein Baum, na, fast, fast, Jakob, ja. Ja, nein. Oh, mein Problem ist, ich drücke einfach die ganze Zeit Gas. Ich weiß, das sollte man nicht tun. Nee, das ist echt nicht. Soll ich nicht lieber fahren. Ja, bester Fahrer. Jo, gib Gas. Siehst du diese komische, siehst du die Straße? Siehst du da diese ganz kleine Bodenwelle, ich würde da aufpassen. Da, Vorsicht, Bodenwelle. Gut gemacht. Aber jetzt, da, pass auf, da ist so ein ganz kleiner Bubbel da, pass auf, ja. Nein. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich glaube, es ist schlecht. Ich bin im... Ich habe es sogar noch gesagt, pass auf. Waren wir hier schon? War das unser Warehouse? Das ist unser Warehouse. Okay, dann schläge ich aus. Was? Herr Fahmbord. Stirb. Guck mal, man geht. Ich fahre noch ein bisschen näher ran. Guckst du einmal, ob im... Und so, 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 wieder die... Ja, ich... Ich fahre noch nach Verbrauch der Saison. Ja, ich gucke. Wir können sonst... Ich sehe da auf jeden Fall wieder den kleinen... Wir können sonst das Auto direkt vom Aufzug parken. Ja, ich prüfe aber erst. Sind da welche? Ja. stufe gelb wieder wagen sie okay zu machen team one ist noch nicht durch mit dem checken ich gebe es gibt es freigaut hat ich gebe dann gerade das alarmstufe gelb ich fahre schon mal ein kleines stück vor er wird die er erklärt gut 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 bitte langsam vorrücken hier rein hier rein stop 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 da ist noch nicht klar ist noch nicht klar ist noch nicht hey du kannst nicht auf den gleichen schießen wie ich nicht das ja deswegen darf ich das stehst du jetzt bewegt er sich direkt in dem Moment ruhig hier we are clear we are clear ok im inventar im auto ausleeren alles überflüssige da reinpacken habe feindkontakt er wäre er wäre vor sich vor sich feind auf feind ich bin getroffen ich habe da war das ist noch eins ok ich habe 100 ich habe ich habe aber drei schuss ja reicht ja fürs erste mit meinen 100 schuss haben wir 200 passt also bildung sehr verwirrt das ganz oben kein boss drauf ist eigentlich sollte dann nicht anders sein ja back splash spiel ist abgeschmiert